Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hatte ihn mir größer vorgestellt. Ich glaube wirklich, sie haben mich mit jemandem verwechselt. Ich will, dass du um die Kurve schießt. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Nur ein paar Menschen auf der Welt haben diese Fähigkeit. Und du bist einer davon. Sie sind verreckt. Schieß auf das Ziel. Lass dich von deiner Intuition leiten. Dies ist eine Bestimmung. Schließ dich uns an. Wir sind eine Bruderschaft von Killern. Die Waffe des Schicksals. Töte einen. Rette tausend. Die Bruderschaft bildet seit tausenden von Jahren Killer aus. Wir geben dir alles, was du brauchst, um dein Ziel zu tönen. Hast du je daran gedacht, etwas anderes zu machen? Wie meinst du das? Wie jemand ganz... Normales. Nein. Jetzt. Wir wissen nicht, wie weit die Wellen unserer Entscheidungen reichen. Daran glauben wir. Darum tun wir es. Gehen wir eine Bindung ein? Möchtest du das?